Er war mal ein erfolgreicher Baseballspieler. Ich hatte einen Spitzenvertrag und werde dann verhökert, damit ich einen pubertären Lümmel als Händchen halte. So ist es doch. Wie habe ich das hingekriegt? Das war ja toll. Sie war mal mit fast jedem Spieler im Bett. In der laufenden Saison mit dem hier. Junge Männer sind unkompliziert. Also geht jetzt hier jemand mit jemandem ins Bett oder was? Und doch gibt es vielleicht auch für ehemalige Größen die Möglichkeit, noch mal ins Spiel zu kommen. Du hast 227 Home Runs in den Miners. Wenn du in diesem Jahr noch 20 schaffst, dann bist du der ungeschlagene Champion. Susan Sarandon und Kevin Costner. Jetzt wirf mal schön hierher. Das ist doch lächerlich. Ich bin schließlich ein Profi. In der Oscar-nominierten Komödie Bull Durham.